Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fit4Ki. Ich wurde kürzlich gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, mit welchem Programm man Hintergründe entfernen kann, wenn einem Tools wie beispielsweise Photoshop nicht zur Verfügung stehen. Hier zeige ich euch gleich drei kostenfreie Optionen, mit denen es euch ganz einfach gelingt, Hintergründe von euren Motiven zu entfernen. Starten wir am besten gleich ins Video. Die erste Option, die ich dir vorstelle, ist Photopea. Das ist eine Webbrowser-Alternative zu Photoshop und dem sogar recht ähnlich, auch wenn in einer abgespeckten Version. Alles, was du hier tun musst, ist dein Design entweder hier in das Fenster zu ziehen oder du kannst es dir vom Computer runterholen, indem du hier auf den Button klickst und das Objekt dann hier öffnest. Hier hast du nun zwei Optionen, wie du vorgehen kannst. Die erste ist, du klickst erstmal auf dein Bild, dann gehst du hier oben auf Auswahl und sagst Remove Background. Und du siehst, das hat relativ gut funktioniert, wenn auch nicht optimal, denn hier gibt es einen Farbverlauf und da hat er dieses nicht mehr als Hintergrund erkannt, sondern hat quasi nur die Außenlinien genommen. Wenn ich dir hier jetzt mal eine schwarze Farbe dahinter lege, dann kannst du das auch sehr gut sehen. Und du siehst, hier hat er abgebrochen und das war nicht genau die gleiche Farbe wie der Hintergrund und deswegen wurde das nicht mit ausgewählt. Um das etwas genauer zu machen, kannst du auch wie folgt vorgehen. Du gehst hier auf der linken Seite auf das Zauberstabwerkzeug, was du vielleicht auch schon von Photoshop kennst, gehst dann auf den Hintergrund und klickst diesen einfach an. Und jetzt siehst du, das wurde überhaupt nicht gut übernommen und das liegt daran, dass die Toleranz hier oben zu niedrig ist. Und zwar ist das nicht eine rein weiße Farbe, sondern sie setzt sich ja zusammen aus ganz, ganz vielen Pixeln, haben wir ja schon gelernt und diese Pixel haben alle eine unterschiedliche Farbtiefe und somit hat er wirklich nur diese Sachen genommen, die dort, wo du reingeklickt hast, dem Farbton entsprechen. Das heißt, du musst hier die Toleranz höher stellen und wenn du sie zu hoch stellst, dann passiert folgendes, dann wählt er dir Sachen aus dem Bild aus, die auch nicht quasi mit entfernt werden sollen, weil das wieder zu weit gefasst ist. Je nach Bild musst du die passende Toleranz dir hier finden und einfach mal ein bisschen rumprobieren, bis du sagst, so passt das. Und ich glaube, das sieht jetzt für unser Beispiel hier schon ganz gut aus. Als nächstes gehst du hier oben wieder auf Auswahl und hier auf Umkehren. Danach klickst du hier unten auf das Maskenwerkzeug und du siehst, der Hintergrund wurde jetzt sehr sauber entfernt. So, also ihr seht, dass das super freigestellt wurde und wenn ihr hier noch nachträglich etwas ändern wollt, sag einfach mal, ich möchte hier dieses grüne Blatt hier noch entfernen, dann seht ihr es vielleicht besser, dann geht ihr hier einfach auf die Maske, dann geht ihr hier auf den Pinsel und könnt jetzt hier euer Blatt ausradieren quasi. Also hier könnt ihr noch nachträglich euer Bild bearbeiten. Die Pinselgröße könnt ihr hier anpassen, wenn ihr hier an der Seite auf den Pinsel geht, dann öffnet sich ein Fenster und ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, eure Spitze zu ändern, den Winkel, ob es rund oder eher eckig sein soll. Alles mögliche könnt ihr hier dann einstellen und dann könnt ihr hier mit eurem Pinsel arbeiten. Wer mit Photoshop nicht vertraut ist, der muss darauf achten, dass er hier bei dem, was ich gerade gezeigt habe, hier auf der Maske bleibt und nicht auf dem Originalbild, denn da funktioniert das nicht. Das könnt ihr hier nur quasi übermalen und wenn ihr auf der Maske seid, dann radiert ihr euch das aus. Wenn ihr hier mal einen Fehler gemacht habt, dann könnt ihr das hier oben bei Bearbeiten auch jederzeit rückgängig machen. Wenn ihr euer Objekt jetzt ein bisschen vergrößern wollt, dann geht ihr auf beim Mac auf Option, Command und T und bei Windows ist es glaube ich Control und T und hier könnt ihr jetzt, jetzt öffnet sich hier dieser blaue Rahmen und ihr könnt jetzt hier euer Bild auch noch anpassen und vergrößern. Mit rechten Mausklick könnt ihr das hier auch noch drehen oder perspektivisch verformen und diese ganzen Möglichkeiten habt ihr hier eigentlich auch wie bei Photoshop. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr euer Bild downloaden, dann geht ihr hier auf Datei, Exportieren als und sagt PNG, denn wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr wieder einen Hintergrund. Hier könntet ihr euch jetzt nochmal die Größe anpassen, dem Ganzen hier einen anderen Namen geben so und dann könnt ihr es abspeichern. Die nächste Alternative, die ich euch vorstellen möchte, ist die Webseite EraseBG und hier könnt ihr auch einfach nur euer Bild wieder hochladen. So, dann braucht das einen kleinen Moment und ihr seht, hier wurde der Hintergrund entfernt und wenn wir jetzt hier mit der Maus mal drüber gehen, dann seht ihr hier, das hat eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht. Ihr könnt hier nicht mehr bearbeiten. Einzige, was ihr machen könnt, ist, glaube ich, ihr könntet euch hier eine andere Hintergrundfarbe genau auswählen oder andere Hintergrundmuster zum Beispiel. Vielleicht gefällt euch ja irgendwas davon und ihr möchtet es gegebenenfalls auch nutzen. Ansonsten, wenn ihr bei dem transparenten Hintergrund bleiben wollt, dann könnt ihr euch jetzt eure Datei hier einfach auf euren Rechner downloaden. Eine dritte Alternative, um den Hintergrund zu entfernen, ist ClipDrop bei Stability AI. Und zwar geht ihr hier auf dieser Webseite auf den Reiter Tools und auf Remove Background. Jetzt wählt ihr euch hier wieder euer Bild, geht nochmal auf Remove Background und könnt euch das Ganze dann auf euren Rechner downloaden. Und hier zeige ich euch noch was, was mich wirklich überrascht hat. Wenn ihr ein Bild habt, das in den Farben nicht so kontrastreich ist, am besten lade ich euch einfach mal ins Hoch, dass ihr seht, wovon ich rede. Und zwar habe ich dafür dieses ausgewählt. Das hat hier ziemlich ähnliche Töne wie der Hintergrund. Dann funktionieren da die meisten Tools nicht so wirklich und selbst mit dem ersten, was Photoshop ähnlich ist, könnt ihr das zwar machen, aber ihr müsst da ziemlich viel an den Einstellungen fein einstellen, quasi damit das richtig funktioniert. Ich habe das bei den anderen auch mal getestet. Bei manchen funktioniert es gar nicht, bei manchen funktioniert es semi gut. Und bei diesem hier hat das wirklich gut geklappt. Schaut euch das mal an. Also ich habe jetzt hier dieses Bild und gehe wieder auf Remove Background. Und ihr seht hier, wenn ihr den HD-Modus haben wollt und ihr gingt jetzt hier drauf, dann müsst ihr dafür zahlen. Auch wenn ihr es höher, ich glaube bis zum Achtfachen könnt ihr es abscalen, dann müsst ihr auch dafür zahlen. Aber für eine Standardversion ist das hier alles völlig kostenfrei. Also ich bleibe jetzt bei diesem Bild hier und sage Remove Background und nehme dieses SD-Bild und jetzt passt auf. Zack, weg ist er, der Background. Und ich finde das wirklich gelungen. Ich vergleiche euch das jetzt noch mal mit einem anderen Tool. Hier bei unserem ersten Fotofia gehe ich jetzt mal genauso vor wie bei unserem ersten Bild und sage einfach mal hier Remove Background. Und ihr seht, was passiert. Überhaupt nicht gut. Und selbst bei der zweiten Variante mit dem Zauberstab-Werkzeug habt ihr hier viel Feineinstellungen zu tun. Ich bin jetzt auf einer Toleranz von 50 und wenn ich ranzoome, dann seht ihr, dass er sich diesen Bereich hier nicht ausgewählt hat. Hier fängt er an, kriselig zu werden. Das heißt, ich muss meinen Toleranzbereich runterfahren und dann könnt ihr euch so stückchenweise ranarbeiten. Aber das ist wirklich eine Viertelarbeit. Und mit diesem anderen Tool von Stability AI geht das hervorragend. Auch mit dem Erase BG schauen wir uns das noch mal an. Und auch hier seht ihr, das hat er ganz gut hingekriegt, aber hier oben bei der Tanne spätestens ist nichts mehr da. Also das hat er zu grob ausgewählt. Von daher, klarer Sieger, was solche Sachen angeht, ist hier Clip Drop bei Stability AI. Ich denke einmal, es kommt ganz darauf an, was für ein Motiv oder Bild ihr vor euch habt. Ihr könnt hier alle drei Varianten mal miteinander kombinieren. Sie sind hier alle drei kostenlos. Und ich finde das wirklich schon sehr gelungen, was hier möglich ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch mit diesem Tipp weiterhelfen. Wenn ihr auch keine weiteren Tipps und Tricks verpassen wollt, abonniert am besten gleich meinen Kanal und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Fit4KI. Und ich sage bis dahin, bleibt kreativ, euer Alexa. und ich sage bis dahin,Jennifer. Vielen Dank.